Ja, servus, grüß dich, ich bin es aber noch, der Toni von der Jodelschule und ich bin heute hier oben gebraten und habe ein Steak gegessen. Da sieht man die Woll auf Fame, da hängen Grüße an wie Tina Dörner, Heino, Marcel Hirscher, ja, was noch alles wahnsinnig falsch war. Und die Chefin hat gesagt vor einem guten halben Jahr, ich darf mich auch aufhängen, da habe ich gesagt, nein, da muss ich noch ein bisschen was tun. Und jetzt ist es soweit, jetzt habe ich natürlich ein Bild vorbeigebracht und da hänge ich, trage mich. Und jetzt möchte ich auch einmal selber zu mir Dankeschön sagen und einfach sagen, dass ich sehr, sehr stolz bin auf mich selber. Vielleicht schaut es einmal rauf, Bart Moss auf den Steak. Ich sage Tschau, habe die Ere Toni von der Jodelschule.